Ja, huhu hier wieder beim Koali und wir legen uns jetzt wieder mit dem Spiegel an hier in Baldos G3. Wir machen das jetzt mal auf barbariger Art hier. Gib ihm! Oder auch nicht. Gäh. Komm, nochmal neu. Das soll drin sein. Ja, möglich. Ja, so muss das. So, Drecksspiegel. Das ist die große Frage, nicht wahr? Schriftrolle des Federfalls. Hm. Riskenöl. Sehr viele coole Sachen. Jetzt hier oben noch ein Zeug. Also ich weiß, dass es hier so ein Buch gibt. Und dass man da irgendwie Tests mit... Was haben wir hier? Ah, holen wir mal. Ecole, Ecole. Dass man da, äh, Tests machen muss, die ziemlich krass sind. Ich denke, ähm, da... Oha. Entschärf mal eben die Falle, bitte. Easy. So. Aber wir gehen da sowieso noch nicht hinein. Sondern wir suchen hier erstmal noch Zeug. Guck mal, wir haben hier eine vergoldete Truhe. Armschienen der Verteidigung. Plus 2 auf Rüstungsklasse. Soll ja keine Rüstung und kein Schild tragen. Äh... Wir haben eine Rüstung. Die hat 15. Und, äh... Wir haben eine Konstitution von 17. Das heißt, wir kriegen hier einen Bonus von... Plus... Plus 2. Das heißt, eine 14er Rüstung... Könnten wir ausgleichen, aber wir haben eine 15er Rüstung. Das heißt, das ist für den nicht interessant. Für Gale ist es allerdings interessant. Der könnte damit, ähm, auf eine 16er Rüstungsklasse kommen. Du hast eine Rüstung und ein Schild. Du hast eine leichte Rüstung. Das heißt, damit wird... Starion der schlecht gerüstetste unter uns. Mh... Naja... Das können wir eigentlich mal einen Gale hier rüberschieben. Mh... Mh... I applaud your taste. Zack. So... Und die Handschuhe... ...kriegt dann auch der Gale. So... Mh... Mh... Das böse Auge... Mh... Mh... Über Tod und Auferstehung... Bücher kann man verticken. Wir brauchen sowieso super viel Geld. Ein Gegengift. Ja... Leere Trankflasche. Mh... One day I'll catch a brick. I wish I had a bag of holding. Mh... Mh... Gedanken wahrnehmen. Magische Waffe. Dunkle Sicht. Schwächestrahl. Nehmen wir alles. Skelett. Hat nix dabei. Äh... Ansonsten... Wir irgendwie was. Kristallkugel. Kann man die für irgendwas verticken? Anscheinend nicht. Zack, stellen wir da hin. Äh... Also kann man schon für ein Gold, aber... Mh... So, wie sieht das hier aus? In diesem kleinen Räumchen? Äh... Hier gibt es einen rostigen Schlüssel. Mh... Tasche mit verrottetem Essen. Ein Holzkoffer. Mh... Soll ich ohne Ende? Und eben mal kurz gucken. Weil ich weiß, dass wir gleich Wisdom Tests machen müssen. Ich glaube wir machen das hier mit... Mit ihr. Mit 17 Wisdom, ne? Ja. Und sie kann doch auch, glaube ich, hier pushen, ne? Kann sie? Ja. Resistenz. Zauber-Effekte. Zustände. Rettungswürfe. Plus D4. Göttliche Fügung ziehen. Attributswürfe. Ja, das sowieso, ne? Ja. Ja. Ja, ja, ja. So, den habe ich... Habe ich den schon? Ja, den hatte ich schon. Jetzt können wir hier nochmal den Hebel ziehen. Okay, Junge. Das ist ja fast hier hin. So, nochmal hier. Geld hat auch fast keine Heiltränke mehr. Dann schicken wir ihm nochmal ein paar rüber hier. Wir haben übrigens 122 Gold. Können wir davon irgendwie einer von diesen Schriftrollen lernen? Zum Beispiel die magische Waffe wäre schon ganz cool. Mit Gel. Hm. Plus eins auf Angriffswürfe. Kann man das nur mit einer normalen Waffe machen? Tränke eine Waffe. Mit einer Waffe wird magisch. Erhält ein Bonus. Aber wenn die schon magisch ist... Weiß ja nicht, ne? Könnte man mal ausprobieren. Streitkolben. Kann die eigentlich mit... Mit Stärke kann die eigentlich auch gar nicht so viel anfangen hier, ne? Unsere Schattenherz. Müssen wir mal irgendwie ein Rapier oder sowas besorgen. Haben wir irgendwie sowas zufällig gefunden? Ein Kurzschwert. Aber ich glaube es kann auch nicht mit einem Kurzschwert umgehen, oder? Kannst du mit einem Kurzschwert umgehen? Ne. Ganz dünnisch. Ganz dünnisch. So, den Gift können wir hier rüberschieben. Ich drück mich so ein bisschen gerade da, um irgendwie hier... ...weiter zu machen. Hm. Hier geht's nach oben. Leere Holztruhe. Ja, in dem Schrank scheint nichts drin zu sein. Alles leer. Ach, wir sind wieder in dem, äh, in dem Vorraum drin. Ah. Okay, hier hätte man also auch durchgekonnt. Wenn man das gewusst hätte. Okay, dann gehen wir mal hier wieder zurück. Hier vorne hin. Und wir haben ja den Schlüssel dafür gefunden. Da ist dieses berühmt-berüchtigte Buch. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Perfekt. Was würfelt man da eigentlich auf Wahrnehmung? Fertigkeitswurf. Schwierigkeitsgrad 20. Ach du Kacke. Nicht geschafft? Wer hat's denn geschafft? Nicht geschafft, nicht geschafft, nicht geschafft. Hä? Warum hat der den mehrfach gewürfelt? Ach, weil der Vorteil hat, wa? Kann das sein? Oder da ist noch irgendwas? Kann natürlich auch sein. So. Weisheit. So. Weisheit. 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 Hm. 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 Aber wir können das noch gar nicht öffnen. Aha. Wir haben das für die den Steine. Du versuchst, den Buch zu examinen, aber je länger du schaust, desto mehr die piercenden Amethyst-Eyes dir inrufen. Du fühlst, die Schmerz aus dem Buch radiert. Es ist lecker. Ich bin gespannt. Warum nicht du einen näheren Blick nehmen? Ich werde von hier nach oben observen. Na, eigentlich wollte ich, dass du das liest. Das Buch einstecken, komm her. Zack. Rundenbasierter Modus. Das sind wahrscheinlich andere Falle, die ich nicht entdeckt habe. Zack. Schafft. Und den anderen. Hey. 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 Nein! What the f**k? Uhhh Oh my, have the magic touch der hat entschärfungskitz so sagen wir das buch eingesteckt können das noch nicht benutzen aber irgendwann vielleicht so und dann können wir jetzt hier auf die schnelle wieder hier raus das ist ja gut gemacht da drüben sich hier wieder raus mit die schon geguckt Ah, einen mosigen Schlüssel haben wir benutzt. Okay, wir nehmen das mal mit. Wir haben ja einen magischen Helm. Also wir kriegen, zu Kampfbeginn kriegen wir Wucht. Anstatt Rettungswürfe auf Geschicklichkeit plus eins zu haben, wenn wir den Lederhelm haben, den wir jetzt haben. Was macht denn Wucht? Ein Gefühl der Dringlichkeit sorgt für Ansporn. Die Bewegungsrate der betroffenen Kreatur ist für die restliche Dauer des Effekts um 1,5 Meter erhöht. Endet bei Festgesetzkämpfen fähig liegend. Das heißt, wir können am Anfang des Kampfes weiterlaufen. Das ist doch mal gar nicht so verkehrt. Für unseren Nahkämpfer, nicht wahr? So, und wir könnten dann den Helm Geschicklichkeitswürfe auch hier an Schattenherz abgeben. Was ist das eigentlich, Rüstungsklasse 12, 11, ne, okay. Ich dachte, da wäre vielleicht noch was drin. Können wir ihm eigentlich mal einen Bogen geben? Kann er damit überhaupt umgehen? Nein, kann er nicht. Na, mal Wunsch denken. So. So, gehen wir zu den Ogern oder gehen wir nicht zu den Ogern? Schön. Hauen wir uns mit den Ogern. Warum eigentlich nicht, ne? Wir verhauen uns ja gerne generell, ne? Barbarigkeit und so. Wo waren die denn jetzt? Hier? Wie ist die denn? Kiste? Blechzeug, ne? Nichts zu sein. Habe ich mich verguckt? Oder bin ich jetzt falsch gelaufen oder? Ne, da sitzt sie. Hier ist noch eine Kiste. Ohne was drin. Hier müssen sie sein. The faded ghost of fun. Taste like chicken. No chicken. Taste like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel cells are faced. Besides. Taste like pork. And what surprise is this? Brothers. Look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger. Be you friend or food. The mark is her measure. Show is the brand of the absolute. Also man kann die ein bisschen zu für sich kämpfen lassen. Wenn man überzeugt. Astonishing. A robust diet. Makes for a shrewd mind. You see. I. Am a gourmand. And you. A delicacy. Unless you bear the mark of course. A good position. Food. 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 Ah. Sie wollen sich mit uns klappen. So, Astarion. Was machen wir mit dir? A better position, ja. Fall der Säure hier rüber. Gucken wir da mehrere mit runter. Nee, kriegen wir nicht. Säure Fiole. Das war jetzt irgendwie nicht so gedacht. Shit. Wir haben auch irgendwo Gegengifte, oder? Aufgesammelt. Giftresistenz. Gedanken lesen. Gegengift. So. War nicht so der geilste. So, aber schieß mir hier. Zack. Bomb. Dann darfst du mal weggehen. Das war jetzt nicht so der geilste, die geilste Aktion unter der Sonde. Eins, zwei, drei. Nein. On I go. Mh. Oh. Hallo. So, was machst du? Du hast noch deine Magier-Rüstung. Strahl der Übelkeit mit Gift. Die haben allerdings eine ziemlich hohe Konstitution. Da macht das Gift wohl nicht so viel. Verringere die Bewegungsreichweite. Hier der Typ mit der Waffe. Zack. Und dann sind wir auch schon fertig. Der hat auch eine Waffe. Alles ob der, der so intelligent ist. Blendende Kreatur. Für eine Aktion. Ich würde sagen, wir rushen hier einfach rein. Wir haben nämlich jetzt hier schon eine Rüstungsklasse von 18. Ist also schon ganz ordentlich. Und wir haben hier Resistenzen gegen alles quasi. Was ist denn, wenn wir jetzt hier Raserei anschmeißen? Schallresistenz aus Nicht-Magischen, Schallresistenz aus Magischen. Alles halbiert. Wir können hier was zum Einsturz bringen wahrscheinlich. So, und wir hauen aber jetzt hier erstmal einen Schüttern in den Hurtstopp. Konstitutionsrettungswurf, das ist wahrscheinlich nicht so geil. Stärke-Rettungswurf. Kann er das? Wahrscheinlich noch besser als Konstitution. Mh, machen wir einfach mal einen normalen Schlag. Zack. Und sind dann hier mit fertig. Fehlschlag. Trotzdem Schaden gemacht. Allerdings nicht besonders viel. So, die Waffe greift er hier. Oh, die macht ordentlich Aua. So, ein Astarion kann jetzt nochmal mitmachen hier. Und macht mal einen unterhältigen Angriff. Noch einen. Und dann zieht er sich einfach mal zurück. So, du musst jetzt hier mit dem Oga klarkommen, ne? Schild des Glaubens kann ich gerade nicht machen. So, Gale. Ich verhindere, dass das Ziel heilt. Zack. Klingt doch gut. Ihhh. So, hier. Und Bäm. Und Bäm. Ein bisschen Platz machen für die Waffe. Wow. Fehlschlag. Der ist verschwommen. Neun Runden noch. Interessant. Also, er wird schlechter getroffen. Bis dahin geht was zurück. Durch die Säure. Und. Kritischen Treffer. So, dann trinkt er sich mal einen Heiltrank. Und. Ich habe ihm ja gerade Gift rüber geschoben. Einmalige Verwendung. Waffen vergiften. Waffen vergiften. Zack. So. So, beenden. Ähm. Ähm, ja. Ähm, ja. Ja. Hier ist kein Zauberplatz mehr frei für die Blindheit. Die hat ein Problem mit ihren Zauberplätzen. Ganz eindeutig. Ähm. So, was machen wir denn hier? Äh. Äh. Logisches Geschoss. Das umgeht, glaube ich, hier auch dieses Ding. Konzentration bleibt erfolgreich bei ihm. Er schmeißt weiter mit Säurezeug. Aber jetzt hat er die Konzentration verloren. Er kriegt weiter aufs Maul. Die spirituelle Waffe auch. Die schlägt daneben. Na, hier ist alles voll Säure. Let's go. Ähm. Jawohl, stopp. Wir können uns doch auch hier... ...den Happen genehmigen. Kipp, kipp, kipp. Und dann nochmal normal zu schlagen. Kann er sich noch bewegen? Ja, keine Ahnung. Prima. So, sie. Zaubertrick. Zwei Schaden. Außer aus der Säure. Dech. Autsch. Mal gucken. Erschütternden Hieb. Rettungswurf gescheitert. 16. Ich hab plus zwei wegen Übung. Plus schützendes Band. Plus Sägen. Plus Konstitution. Hab aber eine fünf gewürfelt. Also. Yeah. Und hier. Er hat, ähm. Gerade so getroffen. Macht halt echt, dass durch die Resistenz nur die Hälfte der Schaden ist. Das ist so irgendwie ganz gut. So. Äh. Rücksichtslos an. Zack. Und nochmal. Ja, der macht schon richtig. Aber so normalerweise kann man die, die Truppe hier mit dem Horn irgendwie nachher dann zur Hilfe holen. Das ist ganz interessant hier. Intelligenz auf 17 erhöhen. Und 5. Schweinekopf. Alle mag. Wer durch die Säure bitte? Jawohl. Wo läuft denn der jetzt lang? Ah. Hier oben lang. Gibt's hier was Tolles? Hier gibt's ein Buch. Aber das ist schon wieder unten. Muss ich jetzt wieder durch die Däure, durch die Säure durchwetten. Machen wir jetzt gleich. Oder? Ja. Plapp, 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 plapp. Wieder durch die Säure. Da ist noch ein Buch. Ein Holztisch. Das wird wahrscheinlich auch ordentlich wiegen hier. Aber da wir nachher... ...abgelaufenes Medaillon. Liebeswerkzeug. Wo ist das Diary? Schulbuch. Tagebuch. Ah, der hat irgendwas gefressen, was diese magische Krone hatte. Und deswegen ist er dann so intelligent geworden. Spannend. So, nein. Nein. Ich hab' ich eben hier nicht richtig gesehen, dass hier irgendwo gerade... ...habe mich verguckt. Ach, da waren Kisten. Genau. Hier gibt's was. Hier gibt's was. Erdhau. Und aufheben. Teddybär. Eine Milchkanne. Eine Milchkanne. Und ein Blutstein. So. Dann gucken wir hinten noch in die zweite Kiste rein. Und dann ist es auch schon wieder für heute. Also für diese Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.